Regen, Sturm, beschlagene Scheiben und streikende Scheibenwächer. Das alles konnte den Rallye-Teilnehmern der 30. Oldtimer-Rallye Wiesbaden auf ihrer Rheingau-Tour nichts anhaben. Nach und nach gingen die 150 Oldie-Fans gut gelaunt und siegessicher auf dem Wiesbadener Schlossplatz an den Start. Die abwechslungsreiche Strecke durch die Rheingauer Natur hielt für sie dann einige Überraschungen parat. Nicht nur wegen steiler Kurven, rutschiger Straßen und kleinerer technischen Zicken. Die größte Herausforderung stellte die sogenannte Roadmap für die Fahrer und ihre Co-Piloten dar. Dieser Rallye-Plan gibt nämlich schnitzeljagdartig mit vielen kleinen Rätseln die Strecke vor und verlangt den Wettstreitern so einiges ab. Ratlosigkeit war bei den meisten Teilnehmern daher obligatorisch. Ja, recht anspruchsvoll. Schon aus der Stadt heraus zu kommen war gar nicht so leicht, die Zeichen, die Chinesen, richtig zu interpretieren. Dann hatten wir dann unsere Gleichmäßigkeitsprüfung im Wald und dann ging es auf die Strecke, um dann in eine Ortschaft zu kommen für die Sonderprüfung, die dann auch hohe Anforderungen an das Team stellten mit Fischgrittmuster und Schachbrettmuster. Eine erste Verschnaufpause gönnte die Rennleitung gegen Mittag im Schloss Johannesberg in Geisenheim. Hier wurde nicht nur gut gegessen, sondern auch gefachsimpelt und bewundert, was das Zeug hielt. Erstes Fazit inklusive. Ihr seht ja, nassen Hut habe ich auf. Aber jetzt scheint die Sonne hier im Schloss Johannesberg, Mittagspause dieses Jahr. Und in der Märzischen Anwendung hier, die Fahrer sind alle zufrieden, die haben den Strängen schon alle vergessen. Auch unter den Fahrern herrscht eine gute Stimmung. Gewinnen ist bei dieser Veranstaltung eher Nebensache. Wenn ich gewinne. Es gibt hier Teams, die viele Rallys im Jahr fahren. Ich bin schon froh, wenn ich im Mittelfeld liege. Ich finde es einfach schön, andere Fahrer kennenzulernen, die anderen Autos zu sehen. Die haben alle so verschiedene Charaktere und Typen, dass das schon spannend alleine genug ist. Das Starterfeld der 30. Oldtimer Rally Wiesbaden hätte bunter nicht sein können. Fahrzeuge aus den unterschiedlichsten Epochen, von insgesamt 40 Herstellern waren vertreten. Alfa Romeo, Mercedes 300 SL Flügeltürer, diverse Porsche, Rolls Royce, VW Käfer, Vorkriegsfahrzeuge und, und, und. Den Oldtimer-Verrückten fehlte es bei dieser Zusammenkunft an nichts.